Sollte sich dieses Gefecht nun etwas hinziehen, ich bitte um Verzeihung. Das ist ein Gefecht, das ist ein Gefecht. Stupid boys don't know that law always wins They've already broke open the door So don't ignore that jail is the only way Are you sick? Gemma-san! Okay, so the war for me scheiße Will das was ich brauchen Okay. Jetzt lockt mein Tank her. Wart, wir machen das anders. Genau. Genau. Ähm. Hallo? Ups. Überfordert. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Sorry. Ähm. Hallo? Super. Ich hab keine Ahnung. Na ja, alte Lady, dann musst du es herhalten. Tut mir leid. Ähm. Schaut euch das auch, was da draußen steht. Oh, ey, da. Ähm. Die Mochita ist jetzt. Hehe. Ich hab keine Raketen mehr für nix mit. Warte ein bisschen. Ja, super. Ja, super. Ich bin ein Trotter. Sollte sich dieses Gefecht nun etwas hinziehen, ich bitte um Verzeihung. Jawohl. ... Das geht... ... ... ... ... ... So, da, du Heiter, du geht's so. Da ist wieder irgendein Hunter unterwegs, der noch verpackt ist. Wahnsinn, was da drastel aus ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Nennt man sowas dann nicht Bauernhof, das ist ja dann ein Schrottholk, oder? Bist du deppert? Buh, da darf ich weniger Grütze zum Raiden. Ich darf mich einfach noch konzentrieren und einstellen. So... Bist du deppert? 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 Und sorry, dass jetzt da diese einfachen Erste-Hilfe-Sets fries wie Gummibärchen. Weil da irgendwer, da ist irgendeiner draußen, der mich gerade irrsinnig niederbuddert. Entschuldigung den Ausdruck. Und du hast es gesehen in der Kisten, wir haben über 100 Parteien. Das Sound-Design ist noch immer das geilste an dem Spiel. Nur verzichte ich irrsinnig. Und da haben wir auch Saiten auf. Du dumme Urschl du. Bist du deppert. Nein, die verzirrt mir einfach zu viel. D ist besser, aber da kann ich mich schon aus der Hüfte auch noch feiern. Ihr kleinen Bastarde. Ja, die alte Lady ist das Beste, was da am Anfang passieren kann. Oder ist es N60, ich nenne es halt alte Lady. Wie gesagt, wenn du den Vorwurf kriegst, deine Welt ist zu leer. Und da hau einfach alles an den Gegner rein, was passt. Genau, das ist so ein Beispiel, gell. Sinnbildlich gesprochen. Wo ist der Tank? Der Hausenscheißer. Weißt, und da sind wir genau bei dem Punkt, der mich an dem Spiel so fasziniert. Du haust jetzt diese KI vor dir, du haust die Maschinen vor dir. Und wie du merkst, sie geht mir auch nicht auf. Ich mein gut, außer dass der Tank halt ab und zu so die Manie hat, dass er einfach aus dem Kampf verschwindet. Tai-Gestons nicht rechts. Bei einer Art von Spiram. Mitática zu verândten. Wie ist Ihr hier – die Amerikaner für Chihe approaches? Oder lieber ohneSHIRK die Hawflin? Pointe. Auch die Aus STUDENT mit 6. Was? Eini! Melo! Machen wir uns nicht mehr. Was war das jetzt? Ah, was war das jetzt? Den Schmäh hab ich noch nicht gekannt. Was steht da? Hörst du da wahrscheinlich alles an? Der Wahnsinn. Wir kommen her. Ich werde durch Sonne, Mond und Sterne gefotzt. Oh Gott, FNIX. Das kann ein Gaudi werden. Am geschicktesten wird sein. Wir holen unseren Raketenwerfer. So. 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 Einen kleinen Plan ausdenken, ausgrübeln. Wie weit ist denn zum Unterschlupf? Der war nur da hinten. Ich hab alles ausgeräumt. Ich hab alles ausgeräumt. Ich vollidiot. Das Problem ist, dass ich mit der Menge jetzt nicht gerechnet hab. Das ist, dass ich jetzt nicht mehr vermute. Aber nicht mehr vermute. Aber nicht mehr vermute. Und das war immer alles kann. Das war jetzt nichts. Jetzt muss ich es sicher sein! Ja, ich brauche einen Raketenwerfer, obwohl der Zeng ist eh schon mitgekommen, desto deppert Da muss Plan X her, jetzt habe ich keine Ahnung wie der ausschaut, aber ich wollte es nur mal gesagt haben, steppert, wir machen das anders zu, jetzt müssen wir uns aber dummeln, weil es wird nicht lange dauern bis die checkt haben was ich vorhabe, hinsichtlich dessen ist diese KI nicht dumm Ok, das muss jetzt schnell gehen, 11 Raketen Ähm, sie sind eh schon da, genau das ist was ich befürchtet habe Genau das ist was ich befürchtet habe, ist Eintroffen, den nehmen wir mit, dann da nehmen wir uns noch 3 mit Machen wir 5 Ähm Und wir brauchen ein paar Oblenkungsmanöver Wo brauchen wir einiges Wo brauchen wir einiges Ok Ok Das ist leider die falsche Adresse, wir müssen, wir müssen uns jetzt wieder zurücklocken Dankespiel für deine kleine Bugs und alles was dazugehört Mädel, du brauchst jetzt nicht nachladen Schau, dass du lieber Meta gewinnst Und jetzt sind noch 2 Tanks, Alter Und da ist diese Muschi an, 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 an Harvester Warte mal Nein Ich brauche eine Position Wo ich nicht gleich einen Schaden ankriege Na gut, einen Schaden habe ich, aber sie sag ich mir den Scheiß ja nicht an Seit knapp 45 Minuten Ok Ok, Inventar Und zwar Ähm Hm Wir werden es jetzt mal so machen Die kleine Lady, die alte Lady geholten wir uns Dich Da Morgens so, dich da wir da her Ähm Dann habe ich da Euch einen Platz zuweisen Den haben wir da her Euch werden wir es schon geben Wollen wir kurz, wo ist jetzt der Raketenwerfer Den werden wir jetzt mal einsetzen Ok Ok Wir haben nur 29 Raketen Nicht viel Nicht viel Wollt ihr tasten? Ein kurzer Fickstor Ein kurzer Fickstor Also sie wegbringen muss, dringend Ich kann doch schon sagen, wo der Fölle in mein System liegt Ähm Ich muss diesen FN-EX Harvester wegbringen Nur weiß ich noch nicht wie Bist du deppert Das ist der Bastard, den muss er wegbringen Der macht mir Slam zur Hölle Der macht mir Slam zur Hölle Das ist der Fickstor Das ist der Fickstor Ok Jetzt da Folgendes Ähm Jetzt heulen wir uns noch einmal Gehen wir in die Knie, Mädel, bitte Danke 5 5 Aber wo ist denn Hickkart? 5 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 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 15 16 15 16 16 Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisserl leiser bin, aber wie du siehst, ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Ähm. Fünf. Warte Mädel, tu dich noch mal heulen. Fünf. Genau. Wir werden es jetzt mit einer eigenen Wochen schlagen, genau. Und jetzt seht's einmal, warum ich diese Fackeln liebe, weil die Hund so saumäßig dumm sind. Weil die Idioten, siehst du, die gängen sich ja selber ans Knie. Ah, du bist auch noch mit ins Gefecht. Na bitte. Mach mal. Du Trottl. Ah, kennt ihr euch auch schon, warum ich die Fackeln prinzipiell liebe? Ja, der Harvest hat geschnallt, dass ich da ... Du kannst sie so geil damit ablenken. Ah, schau. Jetzt klebe ich es her mal rein. Und der Harvest bereitet dem Tank schon Schaden. Er klebe es zu, dann dreht mich der Harvest auch gleich durch. Ah, es ist auch geil. Ah, schau, wie dumm, dass die alles sind. Ja. Ah, was? Ah. 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 Und jetzt da? Hauen wir da eh noch ihm zu. Ah. Sie sind so dumm, wenn es um die Feuerwerkskörper geht. Ah. 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 So dämpert's? Entschuldigung, so ein Gefecht hab ich auch noch nie gehabt. Nicht einmal, wie ich damals das erste Mal gegen einen Reeper abtreten bin. Schau, das ist auch bitter, was du damals um liegst. Da bin ich zum Thema überintelligente Maschinen. Na gut. Aber das hab ich in einem alten Durchlauf schon mal erzählt. Was meine Meinung dazu ist, es gibt eine einzige Sache, die der Mensch an sich selber einer Maschine im Vorteil ist. Nennt sich Improvisation. Schau. Kurz einen Blick. Hab ich. Scheiße, hab ich nichts mehr messen. Ja. Hallo Tank. Du... Scheißen. So wie der nicht ballert. Okay, scheißen, Alter. Oh, bitte du. Du Affe. Alter, einstecken muss unser Mädel gewaltig, ne? Gell. So. Ja. Mal kurz. Was hat sie noch? Ad acta gelegt. Da hab ich eine Raketenmeerfahrt, selbst einmal nachladen. Ne Zeit giebe hier. Muss ihn eigentlich da drinnen. Ja. Ja, aber sie lassen mir ja keine Zeit. Lebstoff. Super toll. Ich muss die zwei auch dem was weg. Ich muss sagen, nicht einmal, wie ich mit dem Tank gequetzt hab. Auch mit dem Reaper. Hab ich so viel Schrott produziert wie da. Ja, dafür haben wir dann schönen Blut, gell. Ja. 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 Man muss zuerst mit zwei Rabenster loswerden. Ja. 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 Ja, sie sieht ja schon immer gut aus. Dann geht's zuerst auf er und bastelt dann in Raketenwerfer um. Ja. Ja. Sie lassen mir aber keine Zeit oder eine Verschnaufpause, gar nicht, überhaupt nicht. Ah, der habe es, das ist ein Sahi, gut, ich habe eigentlich nur mehr den Tank, was noch habe. Na, da habe ich mir jetzt verdauen, sorry. Bist du deppert. Und tschüss. Aber wie du siehst, ich kann das nicht, dass ich mich da jetzt stundenlang in die Dings verbarrikadieren. Na, wie tut man aus? Ähm, außer kämpfen, ich muss, ich muss in Bewegung bleiben. Was ist denn? Ich nehme jetzt einmal alles mit, was ich... jetzt brauche ich alles nicht. Ja, gute Raketen waren nicht so geil. Vier. Jetzt hat der Tank gefahren, wenn er fertig ist. Ah, geh doch in die Knie, Alter. Sehr gut. Das ist ein Wahnsinn da. Kann ich da noch nie wechseln? Nein. Der wird sich auch schon alle verbraten. Okay. Was meinst du, geben sie mal die Zeit? Hör, steppe da rein, nicht so für ein Tor einfach. Aber ich glaube, die machen eh mehr. Ich glaube, der Raketenwerfer macht eh mehr Schaden wie der andere. Oh, du Tank. Wie du siehst, ich kann das nicht. Ich muss in Bewegung bleiben, ich muss herumlaufen. Und wenn ich... ... 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 Wo ist der Arsch? Rechts! Oder ist da noch einer? Nein, das ist ja nicht mehr der! Shit! Nur was weiß ich, du bleibst so schnell überall stecken in der Level Architektur. So, mit was kann ich ein neues Leben zur Hölle machen? Im Prinzip habe ich eigentlich nichts mehr. Das ist gerade komplett am Radl. Ja, tja. Ich glaube, wir haben es. Nein, ich kann es. Ich glaube, wir haben es. Oh! Pistoteppert!